Er kann gerade auch nicht hochsingen. Kastratenchor. Mein Lachmuskeln sind gestählt, Alter. Ich mach überhaupt gar... Hüttcheners, was geht bei euch ab? Die Camp ist wieder am Stissel und hier kommt endlich mal wieder ein Don't Try To Laugh-Video. Heute sogar die verschärfte Version, denn meine Freundin schläft nicht weit von hier entfernt. Bereits im Bett. Ich darf also so oder so nicht laut rumschreien oder lachen oder sowas. Und zum Glück habe ich eh die Beherrschung des Jahrtausends. Und lache eigentlich nie bei diesen Videos. Vielen Dank für eure ganzen Einsendungen. Leider war vieles einzeln, also vieles war einzelne Clips. Und ich kannte auch fast alles, also das war ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt aber doch noch zwei Videos finden können, also zwei Compilations, die ich noch nicht kannte. Und die werde ich jetzt zusammen schweißen, dass es eben ein schickes Video wird. Los geht's. Kannst du mir sagen, dein Name ist? Mein Name ist Jeff. Ah, guck mal da. I like turtles. Das ist ja wohl extrem bekannt. Looking good, Jonathan just got an awesome face paint job. What do you think? I like turtles. Es ist schön für ihn, dass er die mag. Ist aber noch nichts Knalliges dabei hier. Oh mein Gott, Trampoline, Trampoline. Die Frau im Hintergrund. Ja, das war ein Trampolin, die kenne ich. Die sind rund, manchmal, also oft. Darf man so, darf man den Mund eigentlich, darf man den Mund bewegen? So, darf man das? Darf ich das? Darf er das? Ich habe jetzt nicht gelacht oder sowas. Young man, there's no need to feel down, I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, cause you're in a new town, there's no need to be unhappy. Young man. Was haben wir denn mit dem hier, was ist denn mit dem los? Oh nein. Oh, wasted. Oh, diese Wasted-Teile sind meine Schwäche. Er ist völlig von sich überzeugt, komm, jetzt hau ich noch einen raus. Scheiße. Irgendjemand macht doch so, äh. Achtung, irgendjemand macht so, äh. Achtung. Jetzt. Sieh alles? Äh, wie gut ich bin. Egal, Alter, komm ran. Mann, meine Lachmuskeln sind gestählt, Alter. Ich mach überhaupt... Oh, der hat das sofort bereut. Man sieht es nicht richtig in seinem Gesicht, aber er bereut es auf jeden Fall. Nochmal, es ist aber... Scheiße, mal einmal angefangen, ich kann nicht mehr aufhören. Aber ich habe bis jetzt noch nicht gelacht, ich habe bis jetzt gewonnen alles, okay? Gut. Dass wir uns da einig sind. Es ist vorauszusehen, was passiert. Er hat einen kompletten Überschlag gemacht. Alter Verwalter. Oh mein Gott, das macht... Oh nein. Das ist so ultra glimpflich abgelaufen. Ich dachte, da bleibt jetzt irgendwie zwischendrin hängen oder... Es wird zerquetscht oder es fängt Feuer oder sowas. Oh. Vollidier. Pass mal auf sein Gesicht auf. Achtung, sein Gesicht. Guck nicht auf die Eier. Guck nur auf sein Gesicht, wie es sich verändert. We'll be fine now. Der Sound macht es halt auch echt lustig, finde ich. Das hat bestimmt ultra weh getan. Wie sie direkt ausgenockt ist, sie ist bewusstlos für immer. Die müssen nicht in die Eier gehauen, oder? Der hat ausgeholt und wollte so, ja, machen. Und haut dem übelst in die Klöten. Guck dir das mal an. Guck mal hier, der andere kennt. Achtung, Achtung. Er holt... Guck mal, Achtung. Der kennt jetzt noch einen Mann im Moment. Kastriert. Er kann gerade auch nicht hochsingen. Kastratenchor. Wie putzig ist das denn? Ach man, das ist lächerlich. Eigentlich habe ich ja nicht gelacht. Das hat gerade... Wie ist es schon zu Ende? Das ist ein Ramon. Stimmt der sich gerade ein, oder? Das gibt's noch nicht. Das waren jetzt zwei Videos. Die zehn Minuten jeweils gingen. Und es war nur Scheiße dabei. Es war zu 90% nur Kacke dabei. Leute, bitte. Falls ihr irgendwie eine geile Compilation kennt, schickt sie mir einfach. Egal ob Facebook, Twitter, Wursterlad. Haut's mir irgendwie raus, dass ich fürs nächste Don't Try to Wurst Challenge Kack Video noch was am Start habe. Das ist ja lächerlich hier. Ich habe vor kurzem wieder bei PewDiePie reingeschaut. Der hat so geile Compilations gefunden. Irgendwie. Keine Ahnung woher. Manchmal auf Reddit auch. Ich muss mich vielleicht mal auf Reddit umsehen. Die geht ab wie ein Schnitzel. Und ich habe hier irgendwie... Egal, Kinders. Daumen noch oben gebe. Wenn's euch Qualle hat. Wenn ihr gelacht habt, müsst ihr eh einen Daumen nach oben geben. Deswegen ist das ja funktionierend. So funktioniert das ja. Scheiße. Und mir schön die Sachen zu senden. Ja? Wichtig. Wichtig. Soweit zu gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Schreibt noch. Super Ding. Super Ding.